Ich bin betrübt. Ich glaube, die Zukunft ist hoffnungslos und nichts wird besser. Ich langweile mich und bin mit allem unzufrieden. Ich bin als Mensch ein kompletter Versager. Ich bin schuldig. Ich werde bestraft. Ich konnte früher weinen, doch nun bin ich jenseits der Tränen. Ich habe das Interesse an anderen Menschen verloren. Ich kann keine Entscheidung ertrennen. Ich kann nicht essen. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht denken. Ich kann nicht denken. Ich bin machtlos gegen meine Einsamkeit, meine Angst, meinen Lieblings. Ich kann nicht schreiben. Ich kann nicht tun. Ich rase auf meinen Tod zu. Ich kann nicht allein sein. Ich kann nicht mit niemandem zusammen sein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht leben. Ich kann nicht machen. Körper nicht länger, näher ausgegrenzt. Ein Moment der Klarheit, bevor die unendliche Nacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe dir vertraut. Ich habe dich geliebt. Und nicht dich zu verlieren tut mir weh, sondern deinen dreisten, als Meinung getarnten, beschissenen Lüge. Und während ich glaubte, du seist anders, und dass du die Verzweiflung, die manchmal in deinem Gesicht aufflackerte, wirklich fühlst, hast auch du nur deinen Arsch gerettet. Für mich ist das Betrug, und ich bin ihr das Thema. Nichts kann meine Wut auslöschen. Und nichts gibt mir den Glauben zurück.